WUHLANTAG Eindeutig ein Vogel Sind untenken Okay, let's go to Bloodlust and Nuktion Lass doch Fett auf Hector so Rook Okay, Damage geht rein, Alter. Als sie unter die dreieinhalb kommt, geht einfach auf den Red raus, mit nur euch. Okay, Ele wäre ja crazy gewesen. Keine Crits, tschau, voll am abschmieren. Nein! Alter, Ele wäre einfach World First gewesen. Yikes. Oh ja. Voll zu weg.